Hi alle zusammen, ich wollte euch heute etwas erzählen und zwar erinnert sich ein bisschen was auf dem Discord, wir machen so ein kleines Update und zwar wird es ab jetzt Räumverteilung geben, das bedeutet wenn ihr zum Beispiel verschiedene Spiele wie zum Beispiel Fortnite oder Minecraft sagt, könnt ihr dieses auswählen und immer wenn wir zum Beispiel irgendwelche Events oder gerade Spiele Events dazu haben, können wir euch besser kontaktieren und es werden nur die Leute erreicht, die das Spiel auch wirklich spielen und Interesse daran haben. Des Weiteren gibt es auch noch einen Eventkalender, dort wird es zum Beispiel sowas geben wie Minecraft-Server, wo ihr dann zusammen zocken könnt oder zum anderen werden wir auch ein Sport-Event machen, das bedeutet wir werden uns einmal die Woche irgendwie hinsetzen, wir haben uns überlegt und wir werden die zusammen durchführen, damit wir auch hier auf dem Discord fit bleiben. Des Weiteren wird es auch einen Filmabend geben, wo wir euch auch weiterhin informieren, welchen Film wir da nehmen, wir können uns zusammen entscheiden, was wir gucken und das findet ihr aber auch alles im Eventkalender, wird immer alles schön beschrieben, wann, wo ihr was machen. Des Weiteren wird es auch noch einen Spieleabend geben, wo wir zum Beispiel zusammen Scribble spielen, Graphic Phone, Among Us und ganz viele verschiedene Spiele, wo wir zusammen einfach mit leichten Mitteln, zum Beispiel einfach nur einer Website wie bei Scribble, einfach alle mitspielen können und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ab Montag wird der Eventkalender dann am Start sein und ich hoffe ihr seid alle dabei und wir werden eine coole Zeit haben. Ansonsten vergisst nicht diesen Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zum Discord zu bekommen und falls es Änderungen gibt, damit ihr auch direkt mitbekommt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf dem Discord, Link ist natürlich in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns auf dem Discord.